Was ist die ISO 27001? Sie ist, ganz einfach gesagt, eine internationale Norm. Und sie ist deshalb eine internationale Norm, weil sie würde von einer gemeinschaftlichen Arbeit zwischen dem internationalen Standardorganisation, der ISO, und der IEC, der International Electrotechnical Commission, wurde gemeinschaftlich erarbeitet. Und sowohl normative Themen der ISO als auch von der Industrie in dem elektrotechnischen Bereich, dass diese dort zusammengeführt werden zu einer einheitlichen Norm. Ja, und warum handelt es sich dort? Sie legt Anforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung, das kennen wir ja von dem Thema Plan, Do, Check, Act, eines ISMS im Kontext der Organisation fest. Also Plan, Do, Check, Act, kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit auf Basis, wo befindet sich eine Organisation, ein Unternehmen, was möchte dieses Unternehmen erreichen? Und deshalb beinhaltet die ISO 27001 Anforderungen für die Beurteilung und Behandlung von Risiken entsprechend der individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens. Und hier muss ich halt immer auf diese Gefährdungslage dieses Unternehmens. Wie stark ist es in der Öffentlichkeit? Wie stark ist es in irgendwelchen Konfrontationen auch vielleicht? Und dahingehend muss ich es schützen. Welche Techniken hat das Unternehmen eingesetzt? Das muss ich mir genau betrachten, um dann zu sagen, okay, wo gibt es dort Schwachstellen, wo gibt es dort Bedrohungen? Und das möchte ich strukturiert angehen. Ja, und ich habe noch eine Thematik, die ich mit so einer ISO 27001 natürlich auch machen kann, mit einem ISMS, welches nach den Prinzipien, nach den Anforderungen der 27001 aufgebaut ist. Ich kann, wenn ich das entsprechend so umgesetzt habe, kann ich mich dort zertifizieren lassen oder sogenannte Konformitätserklärungen auf dieser Basis mir erstellen lassen.